Ich möchte wieder mich heiser schreien und möchte euren Ohrenarzt bezahlen. Oh mein Gott! Hola meine Lieben und willkommen zu einem lang ersehnten Strahlen-Sterne-Video. Viele haben die Starburst-Display geöffnet, auch wir haben zwei Displays davon geöffnet mit mehr oder weniger Packlack. Ich glaube, das kann man interpretieren, wie man möchte. Aber heute ist es endlich soweit und mich hat eines dieser unglaublich seltenen Pre-Release-Kits erreicht. Und es gibt eine einzige Promo, die ich hier draus ziehen möchte und das ist Lavados und das ist für mich persönlich die absolut schönste von allen. Und wir haben selbstverständlich auch noch ein paar einzelne Booster. Ich würde sagen, wir fucken gar nicht lang, sondern holen ein paar geile Karten raus. Dieses wunderschöne Pre-Release-Kit. Ja, also ich hoffe doch sehr, ich habe schon gehört von dem einen oder anderen, hast du schon das Kit geöffnet? Da sind so krasse Pools drin, die es gönnt total. Und ja, Leute, wenn eins nicht gegönnt hat in letzter Zeit, dann war es unser Packlack. Klar, wir hatten die ein oder andere gute Karte dabei, aber nicht das, was wir ziehen wollten. Und jetzt gehen wir hier rein und wir haben Kleopada. Hey, na gut, das sieht so nice aus mit diesem strahlende Sterne-Logo. Sehr, sehr cool. Hätte ich mir lieber eine andere Karte gewünscht, aber na gut, ich sag, es ist eine sehr athletische Karte, wollte ich gerade, eine sehr ästhetische Karte. Und wir haben vier Booster. Wir gehen mal auf die Artworks ein. Wir haben Shaman in der Zenit-Form, Arceus, den Gott höchstpersönlich, Elfhuhn und ein Insanis Glurak. Das Artwork ist ganz cool, aber wir hatten, finde ich, schon cooler. Zum Beispiel das von Verborgenes Schicksal fand ich viel wie nicer. Und okay, wir gehen rein. Ich bin so gespannt, ob wir Packlack bekommen werden. Werden wir ein, ein, ist der Pack-God auf unserer Seite? Was ist denn das? Ist der Pack-God auf unserer Seite? Wir dürfen gespannt sein. Wir machen den Pack-Trick für die ersten vier Booster. Und wir haben die neuen Energienkarten, die uns hier schon anschauen mit diesem Glimmer-Effekt drumherum. Die werden in Secret Rare so insane aussehen. Wir haben ein wunderschönes Luxu. Den Top-Felm, den haben wir schon auf Japanisch gezogen. Symbolara, Riolu, Sterralili kennen wir schon, Krippuk, Fililu, sehr, sehr süß, Hokumil kennen wir auch schon. Oha, was ist das für ein Mewtwo? Okay, das haben wir noch nicht gesehen, aber das ist ja ultra böse aus. Ach, du liebes bisschen. Und ein Olanga Non-Holo-Rail. Nix im ersten Pack, aber wir wollen nicht verzagen, was sagt der Gott höchstpersönlich? Kommt hier jetzt der große Big Hit. Einhalte... NANI? Ähm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ähm. Ähm. Ihr wisst doch, ich gucke keine Videos. Ich nehme nur auf, was ist das unsere, unser Energieersatz? Okay, das muss ich mir nochmal, äh, mir nochmal schlau machen, was es damit aufsichert. Luchse-Again, der Top-Felm-Again. Wir haben ein 1 zu 1-Pack, Krüppuk, ne, wir haben die wundersüßen Bumis dabei, den Bämon, Sterndolmknetoptik, Riolu, Krebutak und Mewtwo in Non-Holo-Rail. Yay, Reverse-Rail hatten wir ihn schon, aber Non-Holo-Mewtwo. Das war sehr eigenartig. Elfhuhn, also bisher warte ich noch auf einen Banger, okay. Ähm, wahrscheinlich wurden mir die Kids ohne Banger zugeschickt. Da haben wir sie wieder, eine Pflanzen-Energie. Ich mag die Energien, wie findet ihr die? Ich finde die, ehrlich gesagt, eine schöne Abwechslung. Charon, sehr schön, Siberio, die Stadion-Ruine, ein süßes Barmelin am strecken, kaum Alat, Knackleon am durchdrehen, Bomio, Giotesto, sehr cooles Artwork hier an der Stelle. Die gute Gloria aus Schwert und Schild. Alter, Lavados, okay, wir haben keine Promo-Lavados, aber wir haben wenigstens eine Holo-Lavados. Die nehmen wir. Okay, aber hier, Glurak, ich möchte jetzt hier den Banger. Komm, einen, einen nicen Hit muss es hier doch jetzt geben, oder? Kann es doch nicht sein, dass wir hier jetzt ernsthaft ein Pre-Release-Kit haben ohne großen Hit. Okay, let's go. Eine Feuer-Energie, passend zu Glurak. Charon, Siberio, Stadion-Ruine, Magma. Stern, du total off-cut. Bumi. Geradones, passend zu Giotesto, Kikugi. Die Doppel-Turbo-Energie und Kramschiff. Okay, ist immerhin, wir sind nicht ohne Hit rausgegangen. Ist ein nicer Pull, ist ein Hit, nehmen wir mit. Und das reimt sich, kann rhymen. Aber wir haben hier noch einige Einzel-Booster und die werden wir jetzt hier rippen. Ich möchte hier jetzt reingehen, wir werden uns das jetzt anschauen. Wir haben ein wundersüßes Knilz. Giotesto ist wieder da. For me, you. Knacklion, Kaumalat, Riolu in Reverse und ein Hitron. Okay, das war der ja gar nicht. Okay, hier haben wir jetzt die Feuer-Energie. Eben hat uns die Energie gefehlt. Ein super süßes Chiller-Bell. Und der Kot. Gönnt euch ein richtig schönes, strahlende Kerne. Gönnt euch strahlende Kerne, Leute. Gönnt euch ein schönes Booster. Elfhuhn. Elfhuhn haben wir jetzt tatsächlich schon in V gezogen und in V-Star. Bin gespannt, ob wir vielleicht nochmal Secret-Rail-Elfhuhn ziehen. Oder eine Full-Art-Elfhuhn würde ich auch nehmen. Ein wunderschönes Pupanz. Den Staubwedel. Cleopada auch nochmal in der Reverse. Und die Bormada. Glurak. Wenn wir hier jetzt in einem Video sind, ohne Hit, dann werde ich nur noch alle Produkte öffnen, die wir haben und ne, wieder ein Video aufnehmen. Nein, Spaß. Aber das kann nicht sein. Wir haben ein neues Hit und einfach kein Pettlack. Luxra wunderschön. Wunderschöne Artworks. Man kann sich nicht beschweren. Wie braver. Insanest, coolest, gezeichnetes Artwork. Aber meine Stimmenbänder und eure Ohren hatten sehr, sehr viel Zeit, sich zu erholen. Das reicht jetzt langsam. Genug erholt. Ich möchte wieder mich heiser schreien und möchte euren Ohrenarzt bezahlen. Wir haben ein Ressler Dero. Sehr coole Helden auf der Pose. Haben wir auch noch nicht gesehen. Farmelin. Laubkaps. Oh mein Gott. Ja, wie die nare Femex. Oh mein Gott. Centering echt schön. Oh Gott, die hat mir letztens jemand gezeigt, der die gezogen hat. Ich bin echt neidisch. Oh Mann, ist die schön. Oh mein Gott, ist das eine traumhafte Karte. Und wir haben dahinter nochmal den. Wow, einfach ein Double Hit Pack. Oh mein Gott, ich zittere, ist das cool. Okay, das ist ein Booster. Das nehme ich doch mit Handkuss. Oh mein Gott. Und ich habe es gerade noch gesagt. Der Full-Arzt hat nichts zu arbeiten. Wobei, ich bin ehrlich mit euch. Ich muss mich hier in diesem WG-Leben echt ein bisschen zusammenreißen, dass man hier nicht so sehr rumschreit, wie ich es gerne tun würde. Ich kann meine Freude leider nicht ganz so zum Ausdruck bringen, wie ich es gerne würde. Aber die von euch, die das Video gesehen haben, was zuletzt kam, die wissen, dass es bald ein Ende hat. Und dann gibt es auch wieder alte Eskalations-Action, wie ihr sie gewohnt seid. Was sind das für ein Booster? Das konnte ich ja easy öffnen. Aber ja, wir haben ein wunderschönes Krippbook. Und ich hoffe, wir haben hier noch ein bisschen was drin. Wir haben noch drei Booster übrig. Und für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig. Ein Empolion-Holo noch mal hinterher. Haben wir leider schon gezogen. Schade. Shaman in der Zenitform. Okay. So ein goldenes Arceus. Ich komme natürlich immer mit den unvorstellbaren Karten. Alternative, goldene Karten. Let's go. Aber das sind natürlich die Most Wanted Hits, die wir hier ziehen wollen. Wir haben ein süßes Pidiza-Pipi, was den Mond anguckt. Und Hundemoni. Sehr, sehr geile Character Rare. Die sieht sehr, sehr wild aus. Wunderschön. Die nehmen wir doch. Und haben wir noch ein Doppel-Hit-Pack Magic? Nein, leider nein. Aber nice. Wunderschön. Zwei Booster sind noch da. Das letzte. Dem letzten werden wir auf jeden Fall den Kartentrick gönnen. in der Hoffnung, dass wir ein letztes Last Pack Magic haben. Wir haben ein Magma, Krebskorps, Sneebel, Zwirlicht, Felilu, Tafelwasser-Pack und ein Koguin. Haben wir so noch nicht gesehen, soweit ich weiß. Interessante Karte. Last Pack Magic. Gönnen. Lieber Arceus-Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann packst du hier jetzt einen geilen Hit rein. Ich lasse mich extra nicht spoilern durch irgendwelche weißen Ränder. Okay, vier nach vorne. Die Spannung steigt. Und jetzt ist hier gar nichts drin. Das wäre so traurig. Wir haben eine Kampfenergie. Staravia. Gloria. Knaxel. Kaumalad. Palimpalim. Elektek. Bidiza. Sneebel. Olanga in Reverse. Und komm, können wir nochmal einen geilen Hit ziehen. Aber hey, ich würde doch sagen, wir haben einen richtigen Schatz hier rausgezogen. Für mich auf jeden Fall. Erzählt mir doch gerne mal, wie eure Pre-Release-Kids waren. Habt ihr welche bekommen? Haben eure Preisbooster gegönnt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, einen wunderschönen Tag euch noch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.